Und das, das hat natürlich Konsequenzen. Vielleicht beruhigen Sie sich einfach, vielleicht trinken Sie tatsächlich den Kaffee, den Sie netterweise gemacht haben. Ich komme vielleicht später nochmal dazu, aber ja, versuchen Sie das erstmal beiseite zu legen. Nach dem Gespräch mit den Eltern vermutet die Familienhelferin, dass Kevins Verhalten mit dem Tod des Opas zusammenhängt. Als sie deshalb nochmal mit dem Jungen spricht, erfährt sie Unglaubliches. Du, ich habe mit dem Papa gesprochen. Du warst ja nicht nur im Stadion mit dem Papa, ne? Ihr wart doch auf dem Friedhof, ne? Da hast du den Opa besucht, ne? Ja. Und, wie war das für dich? Gut. Was habt ihr da gemacht? Blumen eingepflanzt. Du magst da gar nicht so wirklich drüber reden, ne? Warum nicht? Weil bei uns sowieso keiner da drüber spricht. Nein? Magst du denn mit mir drüber sprechen? Okay. Ja? Was ist das? Ein Bild. Ein Bild mit deinem Opa? Im Freizeitpark? Aha. Schön. Dann hast du immer eine schöne Erinnerung, ne? Wahrscheinlich. Kann ich mir vorstellen, wie du dir das Bild anschaust, ne? Als mir deutlich wurde, dass hier ein Tabuthema ist, was nicht selten ist, ne? Dass man über Tod nicht spricht in unserer Gesellschaft, war mir klar, dass ich jetzt eine Brücke bauen muss zu Kevin. Und ich habe ja immer meine Materialien mit. Unter anderem hatte ich tatsächlich auch ein Fachbuch mit über den Tod. Das schaue ich mir immer auch gerne mit Kindern an, die auch ein Familienmitglied, Geschwisterchen oder so verloren haben. Und das habe ich erst mal mit zu Kevin ins Zimmer genommen. Das ist halt ein Buch, das so ein Stück erzählt, ne? Darüber, dass man sich so Ideen macht, ne? Was passiert eigentlich, wenn ein Mensch stirbt? Hast du darüber schon mal nachgedacht? Und? Dann kommt man in den Himmel. Ja, okay. Ja, zum Beispiel, ne? Schau mal hier, eine große Wolke. Was sagst du dazu? Das sieht genauso aus wie in echt. Wie meinst du das in echt? Mein Opa hat das mir gesagt. Dein Opa hat es dir gesagt? Er hat mich angerufen. Der Opa? Der Opa hier? Ja. Aha. Du meinst jetzt in deiner Fantasie hat er dich angerufen, der Opa. Das ist die Info. Ist das euer Haustelefon? Mhm. Und das liegt bei dir im Zimmer? Mhm. Ist das vielleicht der Grund, warum du nicht gerne rausgehst? Mhm. Offensichtlich ist es ja, dass Kevin tatsächlich mit einem fremden Person spricht, die sich als sein verstorbener Opa ausgibt. Und Kevin hat mit niemandem, wirklich mit niemandem, auch nicht mit seinen Freunden darüber gesprochen. Und das ist schon ein Warnsignal. Er ist ja erst sieben. Mit wem spricht Kevin da? Und deshalb brauchte ich aber auch schon, weil ich ja ein Stück ein bisschen sein Vertrauen hatte, auch sein Einverständnis, dass ich dieses Geheimnis auch seiner Familie mitteilen darf. Darf ich das Geheimnis mal mitteilen? Okay. Ja? Okay. Dass Kevin angeblich regelmäßig mit seinem verstorbenen Opa telefoniert, ist nicht nur alarmierend, es wirft auch Fragen auf. Wer oder was steckt dahinter? Immerhin könnte der Junge in großer Gefahr schweben, falls sich ein Fremder das Vertrauen des Grundschülers erschleicht. Also es ist so, dass Kevin mir von seinem verstorbenen Opa erzählt hat. Und zwar auch in einer sehr lebendigen Form. Ich habe das Thema ja angesprochen, nachdem ich erlebt habe, wie sie damit umgehen. Und er hat auch gesagt, dass er nicht so gerne darüber spricht, weil man auch nicht gerne darüber spricht. Dass der Opa verstorben ist, deshalb habe ich ihn eingeladen, mit mir zu sprechen. Das hat er auch gemacht und hat sehr, sehr schöne blumige Bilder eigentlich auch erzählt. Und vor allen Dingen hat er erzählt, dass sein Opa ja im Himmel ist. Und er konnte sehr deutlich darstellen, wie das ist im Himmel. Da war ich doch sehr erstaunt. Und ich habe dann gefragt, woher weißt du das denn so genau? Und er sagt, ja, ich telefoniere doch immer mit Opa. Was? Das bildet sich doch nur ein. Ja, das habe ich erst auch gedacht. Ich habe auch noch mal konkret nachgefragt, weil er halt so erzählt hat. Das heißt, dir hat jemand angerufen und sich als mein toter Vater ausgegeben? Er hat tatsächlich nach dem Hörer gegriffen, das ist das Haustelefon. Und das ist auch mit der Grund, warum Kevin eigentlich sehr ungern in letzter Zeit das Haus verlässt. Wer macht denn sowas? Also wer gibt sich denn einfach als mein toter Vater aus und ruft hier an? Der ist doch krank. Das waren doch nur verrückte. Ich weiß nicht, ich finde das gar nicht so krank, weil Kevin wirkt gar nicht verstört, sondern eigentlich eher sehr fröhlich und dankbar darüber, dass es diesen Kontakt gibt. Ich verstehe das Problem auch nicht. Also würde ich so einen Anruf bekommen, wäre ich völlig glücklich über generell die Probleme oder generell über das Geschehen, was passiert ist. Echt jetzt, ja? Vermisst du deinen Opa auch so stark? Ja, natürlich. Aber ich bin halt älter und kann vielleicht ein bisschen damit besser umgehen. Aber also Kevin, für den ist das doch viel besser, wenn er so einen Anruf bekommt. Aber es tut ihm doch nicht gut. Also er geht einfach nicht mehr aus dem Haus. Das ist gut daran. Dass Frau Röder da total reagiert hat und gesagt hat, um Himmels Willen, welcher Fremde gibt sich als mein toter Vater aus, kann ich total nachvollziehen. Im ersten Moment hätte ich wahrscheinlich auch so reagiert. Was aber sehr auffällig war, ist, dass Kevins Bruder, Marco, auf diese Situation sehr, ja, beschwichtigend fast und auch verständnisvoll auf diese immunöse Person reagiert hat, wenn nicht sogar geworben hat. Ich denke nicht, dass der Anrufer schlechte Absichten hat. Also ich meine, dem Kevin geht es ja halt nicht schlecht. Das sehe ich genauso wie du, Marco. Also er kann gar keine schlechten Absichten gehabt haben, weil es Kevin wirklich eigentlich eher bereichert. Aber es hätte ihm trotzdem noch mehr Angst einjagen können, als es sowieso schon der Fall ist. Hat es aber nicht. Bitte schauen Sie ganz genau auf, die Situation hat es nicht. Es ist eigentlich für Kevin eher die Möglichkeit, das zu verarbeiten, nicht wahr? Finde ich auch. Du stimmst mir da auch zu, ne, Marco? Ja, man sieht das ja doch, wie es ihm geht. Machst du eigentlich, hast du das schon mal mitbekommen, dass Kevin telefoniert hat? Also telefoniert tut er ja immer, aber sonst nicht. Also mit dem Opa habe ich gar nichts mitbekommen. Also ich finde es trotzdem total schräg, dass sich einfach jemand als mein Vater ausgibt und hier anruft. Ja, es ist eben nicht der Vater. Naja doch, mein Vater, sein Opa. Nein, es ist eben nicht der Vater, der anruft, sondern der Opa, der anruft. Marco? Was hat das zu bedeuten? Hä? Ja, komm, was heißt das eigentlich jetzt? Ja. Ja, du hast angerufen. Als ich gehört habe, wie glücklich Kevin war, da konnte ich einfach nicht anders und musste wie Opa reden. Ehrlich. Er war einfach jung. Okay, warte mal, Marco, erzähl mal, was ist denn genau passiert? Ich habe per Festnetz angerufen und ich wollte dich irgendwas fragen, aber dann hat Kevin aufgenommen und der klang so hoffnungsvoll und weil er mich als unseren Opa vertauscht hat. Und da konnte ich einfach nicht anders, als mit ihm so zu reden, wie er sich fühlt, wie er sich über diese Trennung zu Opa fühlt. Ja, da musste ich einfach mitmachen. Er war einfach so glücklich und er konnte auch viel mehr erzählen als vorher. Und ganz ehrlich, ihr redet einfach nicht mit ihm. Ich fand, das war die beste Möglichkeit, mit ihm zu reden. Also du hast das gar nicht, also es war jetzt keine Absicht oder ein Plan, sondern es hat sich ergeben und du hast gemerkt, das tut deinem Bruder gut. Aber du merkst schon, dass wir jetzt hier schon den ganzen Tag im Gange sind, das Problem zu lösen und fragen uns, was das ist und du sagst den ganzen Tag nichts. Ich wusste es ja vorher auch nicht, dass es wegen dem Opa, wegen dem Opa war. Ja, ja, das ist schon richtig. Das kann ich auch nachvollziehen. Das ist eine sehr verfahrene Familiensituation gewesen, eben weil ich glaube, nicht nur das Tabuthema Tod, sondern weil da sehr viele Themen wohl auch nicht offen miteinander besprochen werden. Es gab für mich in dieser Situation zu gucken, auf alle Beteiligten zu schauen, insbesondere auch auf Kevin. Deshalb gab es für mich eigentlich nur zwei Optionen. Entweder wir weinen Kevin jetzt ein oder aber Marco muss noch einmal den Opa spielen und sich von Kevin verabschieden. Das wäre aber wieder eine Lüge gewesen, die ja dann auch so in der Familie geblieben wäre. Und deshalb lag es eigentlich auf der Hand, dass wir hier Kevin die Wahrheit sagen müssen und dass da aber auch eine Nacharbeit stattfinden muss. Und beide Möglichkeiten setzen eh voraus, dass sie als Familie sich mit ihren Emotionen, auch wenn sie negativ sind, empfunden, mit ihrer Trauer, mit ihrem Umgang, mit ihrer Kommunikation auseinandersetzen. Also ob wir es jetzt so oder so machen. Aber ich denke, wir sollten mit der Wahrheit beginnen. Ja, früher oder später würde er es sowieso rauskriegen. Und dann wäre es fatal. Ja, und ich denke auch, hier steht ja auch noch ein zweiter Sohn, auch wenn er größer ist. Der hat auch seine Bedarfe. Und es wäre auch für dich auf Dauer nicht sinnvoll, das weiterzuführen. Die Rolle, du gehst ja in die Rolle des Opas, das tut dir auch auf Dauer nicht gut. Diese Familie braucht noch viel Unterstützung. Nicht nur als Familie, sondern ich glaube jeder Einzelne hier. Weil wenn man über Jahre hinweg sein System so aufgestellt hat, dass wir lieber nicht darüber reden, damit Friede, Freude herrscht, als dass wir darüber reden, kann man nicht von jetzt auf gleich den Hebel umdrehen. Ganz besonders auch Kevins Mutter, dass sie lernt, sich mit ihren eigenen Ängsten auseinanderzusetzen. Dass Vater und Mutter, also Mann und Frau, lernen, wieder miteinander zu reden. Und dass vor allen Dingen, vor allen Dingen die Bedürfnisse der Kinder in den Vordergrund geholt werden. Rosella Blumenthal hat Kevin sehr behutsam über die angeblichen Anrufe seines Opas aufgeklärt. In weiteren Gesprächen konnte sie der ganzen Familie helfen, mit dem Verlust umzugehen. Kevin verlässt mittlerweile wieder ganz normal das Haus.